So und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 im Seasons Modus weiterhin mit Borussia Dortmund, wir haben 5 Siege in Folge bzw. eigentlich 6, 5 Siege in dieser Saison von 5 Spielen die wir bestätigen haben bisher, das läuft ganz gut muss ich sagen und schauen wir wie der nächste Gegner so da rauf ist und ich kann nur hoffen, dass wir wieder gewinnen, das würde bedeuten, da hätten wir schon, 18 Punkte, ne? Finde ich gut Ab geht's nach Argentinien Ja, ok Ok, 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 ok Ist natürlich vom Kaliber der Mannschaft her ein Ticken über mir Das ist so, als würde ich gegen Real spielen, in der Art her So Und aber natürlich am ehesten Oder was am ehesten Am meisten Auf den Gegner am Controller Hey, das war knapp Na scheiße Knapp war's Oh scheiße Oh scheiße Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße Gut gemacht Sehr gut Der Fuhrwagen sogar Und weg mit Obermeer Kampel Schön gespielt Und wieder Obermeer Komm hier Komm Ja 1-0 Ganz, 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 ganz stark Der ist so gut, dieser Obermeer Mittlerweile mache ich einfach wieder alles, was ich vorm Torhüter Nicht so früh schießen, sondern warten, warten, warten Torhüter macht alles falsch, was er noch falsch machen kann Kurzes Eck Oh, das war schlecht Oh, das war schlecht Für was ist los Also Dem Gegner direkt die Bälle zu geben Das muss dann auch nicht sein Wofür habe ich denn bitte schönen Abstoß Ich habe ihn da weggehauen Na, von mir aus Da soll es recht sein Wird schon stimmen Also die Entscheidung So weiß ich ihn Komm, komm, komm Komm, Kakawa Komm schon Blöd gelaufen Nicht schön Nicht schön, nicht schön Okay Oben lang Klambleiben Hey, hey, hey Mein lieber Gesang sein Da geht's rund Ich dachte schon, was ist jetzt los Wir wollten einfach nicht lang gehen Ja, ich komme mir natürlich einher Da geht Sicherheit vor Da hinten Da haben wir Und ihm den Ball schenken Habe ich eh gesagt Wenig Lust zu Okay, schön, 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 schön Gut gemacht Bisschen arg weit vielleicht Und das war Settens dämlich Von mir Gut gemacht Sehr schön Ganz, ganz stark Komm schon Obermeer Komm Von der Idee her war es ja toll Von der Idee her war es toll Was ich jetzt gerade gemacht habe Nur von der Umsetzung war es schlecht Ja, kann man so entscheiden Okay, dann würde ich doch kurz spielen Was ein Ding Knapp war es Sehr, sehr knapp Obermeer Immer noch Obermeer Immer noch Obermeer Oh, scheiße Gut nachgesetzt Okay, mittig wieder Komm, Ober Komm Oh, scheiße Viele Chancen direkt vom Torhüter Im einzigen eins Den nicht aufs Tor zu bringen Das ist auch nicht Das ist nicht gut Mann, Mann, Mann So, dann bleiben Jungs Schön durchgesteckt Und nicht so schön abgeschlossen Lassen wir ihn durchlaufen Jetzt will ich ihn nicht mehr laufen lassen Oh, scheiße Wahnsinn Dass der nicht drin ist Habe ich ein Schutzschild Von meinem Tor oder was Wahnsinn Dass das kein Tor wurde Komm, den hau mal vor Jetzt haben wir viele vorne Aber ich habe wieder den Ball Und dann spielen wir den direkt wieder vor Hat leider nicht so geklappt Ganz oben der läuft Der läuft, der läuft, der läuft, der läuft Und weg mit Gut gemacht Schön gemacht Sauber gespielt Komm Ach, scheiße Habe ich ganz nett vorgestellt Komm, Schmelzer Bleibt dran Das ist jetzt wichtig Schön Hätte ich ein bisschen mehr draus machen können Oh, das war knapp Komm, unten lang Hau drauf Uh, schlechter Schuss Oh, dann war klar, dass er irgendwo kurz spielt Und es war klar, dass er den kriege Nein, das war es nicht Aber ich habe ihn Yes Geiles Ding Ich wollte schon sagen Ja, jetzt gleicht sich das ein bisschen aus Mit den Latten treffen Hat er ja auch schon Ja, und dann mache ich es so trotzdem noch Das ist wohl heute hier der Unterschied Ja, ich würde sagen Nein, war es natürlich nicht Um Gottes Willen Oh, scheiße Das startet Gut gemacht Kampel ist stark Das sind alle stark Unglaublich Was die hier für ein Pensum abliefern Das ist der Wahnsinn Komm, hau drauf Auch rein Nach Möglichkeit Bitte Noch wird er nicht nach außen gehen Jetzt zieht er in die Mitte durch Ein Fäller Stark Oder was er stark Viel zu tun hat Wer hat er da nicht gehabt Schade Ach, das habe ich doch gesehen Trotzdem habe ich es nicht aufhalten können Grauenhaft ganz weit vorbei ich habe mich da getroffen das war ziemlich komm schon kacke kommen halt ihn musste nicht vorbei habe ich kommen sehen ja so mal so was ab hier hin zack und zack und zack alles schön sicher und angenehm und das ist absolut nicht sicher und angenehm jetzt wird es zumindest wieder angenehm Ball gehabt gehabt ich habe ihn wieder und fast pass ich dem Gegner direkt in die Beine fast direkt seine hundertprozentige Chance eingeleitet aber eben fast es war knapp das war sehr knapp von der Idee her ganz nice am ende am ende am ende ist die maria durch komm das war was blödes aber auch komm Gündo da wie sie halt alle nach vorne laufen und wieder zurück ich finde das gut finde ich gut finde ich gut finde ich gut ja von wegen alle laufen zurück jetzt fehlen plötzlich ganz viele oh man weg mit jetzt sollte ich eigentlich nichts mehr einbrennen lassen aber sollte ja schön danke ab nach vorne gib ihm komm 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 ach schade komm knapp war's ja das wird er nicht mehr schaffen bin ich mir ziemlich sicher ja aber ich würde auch gerne zu null spielen ja das war's damit zu null spielen ja das war's damit zu null spielen und jetzt wird es wieder ein bisschen offensiver kommt vergabe zack kommt und dabei so so damit komme ich auch klar ist richtig weil die spiele in dieser saison das stück gewonnen ist die beste auch der oder das finde ich gut und wieder Obermeerung zweimal der schießt Tore am Fließband das ist der Wahnsinn okay so ob ich würde sagen danke für zuschauen bis zum nächsten Mal nun damit Ciao